1, 2, 3 MOOC auf Steirisch. Eva, erklären wir mal was ein MOOC ist, so dass ich es auch verstehe. Ja so ein MOOC, das ist halt eine Lehrveranstaltung im Web und prinzipiell im Internet halt. Und prinzipiell ist die für alle halt frei verfügbar und dort zugänglich. Interessant. Wer kann da alles, wer sind da die Leute, die das machen? Ja alle eigentlich und jeder lernt gleichzeitig und alle können sich etwas lernen und über das was sie gelernt haben austauschen. Das ist praktisch, da kann man dann miteinander drehen, wie hat es einem gefallen und kommt weiter. Da gibt es mehrere Möglichkeiten aber zum Beispiel stehen alle Materialien, die was ich zum lernen brauche im Internet drinnen. Und das kann ich haben einfach, ohne dass ich zahle, ohne dass ich, oder muss ich da irgendwas? Nein, da kann jeder einfach zugreifen drauf. Gibt es einen Plan? Ja also es gibt einen zeitlichen Plan, in dem das ganze einfach stattfindet. Und manche haben sogar so einen festgelegten Stundenplan und bei den anderen, da entwickeln sie einfach das, die Inhalte und das was man lernt im Laufe vom ganzen Kurs. Mooks, so wie es für uns heute sein. Mook auf Steirisch. Florian. Musik Wobstehtag. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.